Guten Tag, liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu Ortlofswort zum Monat. Es ist bitterkalt derzeit, aber irgendwann wird der Frühling kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, mit meinen beiden Freunden Lutz Meder und Stefan Kraus bin ich am ersten Wochenende, am Samstag und am Sonntag in Gaggenau, am ersten Wochenende im März im Unimog-Museum unter dem Motto Tischbahn trifft Unimog und da zeigen wir unter anderem Fahrzeuge von Löhmann-Prezigs und von Schuko die Monorail. Eine Woche später, 9.10.11. März, also Freitag bis Sonntag, sind wir in Sinsheim auf der Messe und da zeigen wir Ihnen Raritäten aus den 50er und 60er Jahren, und zwar sogenannte Katalog- oder Kaufhausbahnen. Es gab auch elektrische Eisenbahnen neben Märklin, Fleischmann und Tricks. Zudem gibt es in Sinsheim dreimal um 14.15 Uhr eine Autogrammstunde. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen, irgendwann auch etwas milden Frühlingsmonat März. Das war es von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut, bis denn und Tschüss. Das war es von dieser Stelle aus.